ich war sie so ab nächstes game andre aber nicht nach weit nicht nach zwei spielen die du verloren hast wein ja obwohl doch ist publicity für youtube kann ich ins titel schreiben so andre zum wahl in den titel schreibt mich ins titel in den titel schreiben andre hat geweint toll super scheiß ich bin offene jetzt kann ich so viele sachen nicht benutzen jetzt muss ich taktisch spielen andre das könnte eine chance für dich sein oder auch nicht natürlich bist du zuerst dran und wehe du gehst auf vor mir auf jeden aber nicht der wohnung die auf ruby da rechts oder auf koko oder oder auf wie spielt man den namen aus hallo hallo oh du traust dich was das schaffst du nicht das schaffst du wirklich nicht ich hoffe ich bin mit dem jetzt dran ja klar nein ich bin nicht mit dem was für blatt challenge so ja bleib unter wasser du bleib doch mal unter wasser kann nicht wahr sein scheiß camcorder können ja ich bin fertig übrigens ja du hast frei wie der mensch kriegt ein bisschen steht der rechts auch unter wasser seine kleine genugtum weißt du das da krieg ich ein ständer davon ich weiß hatte ich voll interessiert scheiße jetzt steht da nicht unter wasser jetzt steht unter wasser was hast du gekriegt das was dich gleich film wird wollen man die regel anfangen mit zu sagen was da drin war ich glaube das war die falsche taste komm schon das ist voll unehrenhaft mach doch mal spektakulär weißt du nicht hier einfach ich zück bazooka schieß auf dich und du tot man schießt ja auch nicht spatzend ab mit der bazooka ja du anscheinend doch ja so wo ist denn der ja voll ich kann mir vorstellen wie du richtig an aufgeheizt daran ne ich glaube das mache ich lieber nicht doch schießt hmm wasser wasserfall scheiße das sieht wirklich einfach so aus wie gelay oh man kann die kisten bewegen ähm anscheinend schon anscheinend schon na komm mach mal na andré da kommt sie jetzt aber nicht hoch ich beweis dir das gegenteil wenn ich will hast du noch 30 sekunden zeit also keinen stress mach mal ey du bist voll langweilig lame ich nehme wieder die bazooka kann mich nicht anders wehren ich hab nur eine bazooka ich weiß nicht wie anderes taktisches spiel funktioniert ich hab ja eine bazooka die reicht ja ich meine was will man besseres ich hab ne bazooka das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein ok andré diese runde meine ich nein nein das schafft es auf jeden fall nicht natürlich immer unter wasser so ein fix so ein richtiger strike wäre anders gewesen ja ins loch ich hab ja auch gleich aber wenn du solltest nicht scheiße mann scheiße mann ich hab mich ja was das ufo bringt hm dann fragt mich was das ufo bringt das wird jemand einfach wegnehmen kann es nicht nutzen auf das ganze benutzen haben wir das nächste auch mal gesehen ich habe eine bazooka ich habe eine bazooka ich habe eine bazooka ich habe eine bazooka ich weiß nicht wie das anders geht eine bazooka lehrtaste und dann links und rechts ja einmal lehrtaste doch einmal lehrtaste und dann mit falltasten hoch und runter naja du ärgerst dich die ganze über bazooka nicht wahr ich habe eine bazooka ich habe eine bazooka dann kopf aufgeschlagen worum blutig wurmsoldat gestorben etwas was sie umbringen kann ich habe die idee ich habe die alles musik ausprobieren nein nein ich sollte lieber wie andere spielen ans gilt habe der bazooka das reicht okay ich werde keine bazooka nehmen ja jetzt dafür ist klar dass du keine bazooka nehmen wirst es ist ja im grunde als würdest du mit einer bazooka ein meter vom scheuntor mit einer bazooka auf dem scheuntor schießen das ist genau so lame alter lass dir mal eier wachsen ich habe ihn ins wasser geworfen damit lass dir mal eier wachsen ich lass mir aber wachsen ich renne es du dir tut es dir ja nicht hinlegen tust du es dann wegrennen ich probiere aber nächste runde mal was aus sag mal warum hast du jetzt eigentlich dingens ihr habt dynamit warum man sie hat noch nicht benutzt ja ich habe aber auch noch nicht benutzt doch du hattest es schon benutzt echt ja wann was jetzt erstmal will ich kurz was ausprobieren man nehme das ufo nehmen ein dem untergrund weg sprich den boden unter den füßen und packt das auf drauf genau ja hat jetzt nicht so stylisch gepasst aber ich habe auch hier zum glück mit ein problem weniger ich habe kein skill aber ich kann den wurm zum saufen bringen nicht schlecht ich bin so schlimm Oh. 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 André ist lustig. Boah, das kann nicht wahr sein. Boah, das kann nicht wahr sein. Hör erst mal Luft, Jude. Willst du ersaufst du nicht? Ja, ich hab mich extra jetzt so hingestellt, dass ich nicht ersaufe. Aber? Aber? Aber oder aber? Aber oder aber? Äh, was? Ja, mach mal. Nee, dann sag ich noch mal. Alter, ich hasse dich. Ich hasse dich. Langsam. Du hast doch eben mit Absicht so doof gespielt, oder? Nein, hast du nicht. Ich weiß es. Das war eine Aufklärung. Das war eine Runde. Brrrr. Brrrr. Damit man das mal stylisch macht. Fick dich. Donner, leck mich doch am Sack. Also los. Lass zusammen sterben. So Arschloch kannst du mir gar nicht. So bist du nur Guck ist Guck. Swim? Ich kann nicht Swim. Also. Oh Gott. Ich find's lustig. Ich find's auch lustig. Na ja. Das hat mich ja fast, äh. Weißt du. Ich hocke mal im Bunker. Jetzt bist du dran. Was ist das genau schon wieder? Ein Schuttschild. Okay. Klasse 1 A von China. Ist mir egal. Nein. Ich hasse dich. Kann nicht wahr sein. Ich hab ne Bazooka. Ich schieße. Das kann nicht wahr sein. Ja, fick dich. Ja, du stirbst unter der Bombe. Ja! User left the game. Was denn wenn ich den so auf dem Gesicht bin? Wißt du. Der hat vier fucking Würmer. Und das Schuttschild hätte echt nur eine fucking Runde. Oh jetzt kommt der Schatz. Ne, der schafft das auf jeden Fall nicht. Äh. Oh, ja gut. Ruby ist nächste Runde dran. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Nope. Nächste Runde mach ich dich aber fertig. Wer hat gesagt, dass du mich zum Heulen bringst? Ich hab gesagt, es ist ne Aufwärmerrunde gewesen. Ich weiß. So. Jetzt lass mal schauen. Na ne ne ne. Das ist eine Waffe hab ich noch nicht ausprobiert. Must be funny. Kann ich jetzt eigentlich nur einmal pro Runde benutzen? Äh. Das ist das Ding ins Ninja-Seil, ne? Ja. Wenn du irgendwo dran pappst. Das reicht leider nicht ganz so weit. Danach kannst du dann dreimal noch machen. Aber so wirklich mit dem Ninja-Seil mach ich gar nichts. Danke für das Rumspielen, damit ich jetzt noch ne Chance habe. Wir haben ein Problem. Welches denn? Also ich meine, ja klar, wir haben ein Problem. Oh, jetzt. Ja, das ist ein Headshot. Nein. Scheiße, kann der jetzt schon. Erstmal den Popschutz durch die Gegend drehen. Hm. Jetzt ist der dran. Let's go. Das Spiel ist aufs Game Over. Also, ich habe ja gehört. Eine Bazooka ist die geilste Waffe auf der Welt. Tja Gott, du magst dir sowas an. Höher. Ja. Pippa. Sagt aber Höher. Das war ein Fehler von dir. Da neben zu stehen. Sag mal so, ehrlich gesagt. Wie ist ein Einwurm schaffe ich? Das ist Mist. Wie, das macht nicht so einen Bum, dass es dich auch trifft? Nein. Das ist kein... Das ist nicht... Nein. Ich werde dich nicht mit dem Bazooka töten, okay? Ich glaube, ich muss mich mal kurz entspannen mit Shake, Shake, Shake. Komm, lass mich jetzt in fünf Runden leben, damit der scheiß Wurm stirbt. Was ist eigentlich Überfall? Damit kannst du dem anderen etwas Klauen stibitzen, wenn du neben meinem Wurm stehen würdest. Erzählt dich zum Beispiel eine geile Bananabomb. Was ist Abfluss? Ähm... Tust du so ein Abflussdingens, dass das Wasser abfließt, äh, Abdingens... Zum Beispiel links bei dir. So. Hast du dich jetzt echt weg, Titel, bitte? So. Wen wirst du angreifen, in den Unterneueren? Ein bisschen würde ich eigentlich gerne beide machen. Aber ehrlich gesagt... Oh, er ist getroffen! Mach ich den lieber. Oh, wir. Ja. Aber ich wirst einen einen, das ist ja ziemlich geil. Let's go! Oh, ich bin zuerst mit dem hier dran. Interessant. So, jetzt muss ich kurz schauen. Töte ich denn, bist du vor kurzem da dran und bist du immer öfters dran mit dem anderen? Warte, warte. Oh, das... Das wäre ein Skillshot von... Ja, 2000. Äh... Ungefähr so. Zu schade. Ey, der war relativ gut. Ah, du kannst noch einen zweiten töten. Ehrlich gesagt... Hast recht. Gut. Ah, ich find's lustig. Han-Han-Han. So. Wir sind zwei eliminiert. Ja, hast du. Ja, und jetzt werde ich eliminiert. Eindeutig. Das ist voll lame, was du da machst. Ja, klar. Ja. Ja. Oh, das macht kein Damage während dem Durchgehen. Verbindungsfehler. Die Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Und du warst zum Hauptmenü zurückgeleitet. Echt jetzt? Also du hast mich eigentlich getötet. Okay, lad mich nochmal ein. Was? Steam ist allgemein auf Lenkrad. Ah, okay. Na, sehe ich gerade selber. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal eine kurze Aufnahmepause, bis es wieder funktioniert. Ja, guck, gluete. gab